Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einzigartiger Aussichtspunkt, wundervolle Fernkulisse, schaut großartig aus. Ja, sehr, sehr schön, sehr schön. Die Fernsicht ist vielleicht jetzt ein bisschen entschwunden. Es waren ein paar, ja, kann man sagen, Schneeflocken, aber nicht viel, eher so graupelartig. Aber man sieht, die Wolken ziehen halt hier weiter und was man vorher noch gesehen hat, hohe Wand, ist jetzt in einer Art, naja, Niederschlagswolke verbunden. Verbunden, verschwunden, okay, zweiter Versuch. Aber die Sonne versucht sich hier wacker durchzukämpfen. Auf jeden Fall ein traumhafter, würde ich sagen, Aussichtsplatz. Kann man auch von Kraftplatz sprechen, also sehr, sehr schön. Wie gesagt, wir sind jetzt hier in Richtung Hansberg, der linke Hand von mir ist. Und Püsslauerhütte ist doch für heute ein bisschen zu weit, weil wir haben uns, sagen wir so, Zeit gelassen. Wir haben das Marschieren genossen und haben halt verschiedene Stationen passiert, die wir nicht, noch nicht, wie sagt man, gesehen haben. Also das heißt, heute waren einige erstmalige, auch für mich neue Attraktionen dabei. Hat mir, wie gesagt, sehr gut gefallen. So, jetzt muss ich noch aufpassen, weil es ein bisschen schräg hier. Und die Gruppe ist schon voran entfleucht. Letzter Blick noch zurück. Sehr schön, jetzt geht es dann mit der Ende. So, 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 jetzt geht es dann mit der Ende. Vielen Dank.